Nachdem am gestrigen Abend mehrere Videos um den Borussia-Park kursierten, wollen wir mit diesem Beitrag noch einmal mehr Licht ins Dunkle bringen, was wirklich gestern Abend in Mönchengladbach vorfiel. Die Szene der Borussia bereitete ab 17 Uhr anscheinend eine Choreografie für das heutige Derbe vor. Dafür war ein Großteil der Ultraszene in der Nordkurve vor Ort, um auch für mögliche Eindringlinge gewappnet zu sein. So gab es intern offenbar schon eine leise Vorahnung seitens EMG, dass es Köln an diesem Abend mal wieder versuchen könnte in Stadionnähe zu gelangen. Seit Nachmittag waren jedoch auch Dutzende Wannen der Staatsmacht am und um den Borussia-Park unterwegs, um das Gelände möglichst abzusichern. So stand in nahezu jeder Zufahrtsstraße mindestens ein Polizeitransporter, der die Lage vor Ort entsprechend dokumentieren sollte. Am späten Abend gegen 21 Uhr tauchte dann plötzlich eine große Horde Kölner in unmittelbarer Stadionnähe auf und machte mit lauten Gesängen wie Mönchengladbach-Huernsöhne auf sich aufmerksam. Die lauthörensagen in rot gekleideten FC-Fans versuchten dabei an der Polizei vorbeizustürmen und direkt zur Nordkurve zu gelangen. Der Haufen rund um Sottokultura und Co. erfuhr davon recht schnell und machte sich darauf geschlossen in weißen T-Shirts aus dem Stadion, um den ungebetenen Gästen entgegenzutreten. So stürmte Gladbach an den eigentlich gesicherten Toren des Borussia-Parks mit über 200 Personen aus dem Block und näherte sich den Kölnern. Nachdem von beiden Seiten Clips aufeinander flogen war auch die Polizei kurzzeitig nicht mehr Herr der Lage da von allen Seiten mehrere hundert Personen aufeinander zu stürmten. Mehreren Videosequenzen zufolge knallte es dann auf dem Vorplatz des Borussia-Parks zwischen beiden Seiten mit bisher unbekanntem Ausgang. Bis tief in die Nacht vermeldeten mehrere Quellen, dass beide Seiten im Anschluss seitens der Staatsmacht gekesselt wurden und sich einer Maßnahme unterziehen müssen. Ob also beide Szenen am heutigen Samstag im Stadion anwesend werden ist bislang unklar, da es der Polizei erlaubt ist, jeden einzelnen Beteiligten bis nach Spielende in Gewahrsam zu nehmen und ihn erst dann wieder zu entlassen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.